Der wird schön einteilen, gell? Wer schießt? Schön einteilen beim Schießen. Der wird sehr schön einteilen, wer schießen muss. Ich bleib da, ja. Wie weißt du? Bandler, ja. Kannst du was auch sein? Nein, nein, nein. Wieso? Ja, mir ist das wurscht. Du holst halt Stock. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Nein, nein. Bernhard, gell? Schön einteilen, wer schießt du, weißt du? Frauen. Ja, ausschießt man der Mädchen. Wo hast du gerüstet? Wo hast du gerüstet? Wo hast du gerüstet? Wo hast du gerüstet? Da, Max, bist gerüstet? Jawohl. Wohl, fix da alles. Schlagkräftige Truppen. Schlagkräftige Truppen. Ein Bayerhalter, oder was? Du bist zu uns gekommen, brav. Ja, bist ja auch eine Bayer-Dorferin, oder? Ja. 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 Die Jugend in YouTube ist ganz einfach. Bruno Berger, YouTube, dann ist Video drinnen. Und du hast Foto hier im Internet. Foto gibt's auch. Schöne Bilder rein. so die erste partie geht los, die können wir eh nicht ganz filmen die erste partie geht los, ein bisschen später schauen wir wieder ein ja